Hallo und Willkommen zurück zu Wemnand. Hallo. Hallo. So, wir haben jetzt schon, glaube ich, über eine Woche noch nicht mehr gezockt. Ja. Wir sind wieder gucken hier. Ja, wir sind von einer Arbeitergesellschaft, äh, von einer Arbeiterklasse. Genau. Das ist natürlich sehr blöd. So, was haben wir denn hier? Ja, den Hüter des Labyrinths finden. Naja, genau. Äh, geh mal auf Karte. Ich glaube, wir müssen von hier, äh, dahin, ne? Wir müssen nicht zum Kristall, sondern von hier. Da ist noch eine Karte, die ist grau hinterlegt. Ein Stück von der Karte. Äh, schon. Ja, musst du mal gucken. Siehst du da auf der Karte oben, da siehst du das doch. Was willst du da? Schön durchzusehen. Na, wir wollen da doch hin, oder nicht? Wir müssen doch, ähm, zum Kristall. Wir müssen doch zur Kirche und dann, äh, den Weg langlaufen, oder nicht? Sicher? Warum ist denn hier das Stück noch grau hinterlegt? Geh doch mal auf Touchpad, guck mal. Ja, das war das, glaub ich, im Keller, wo wir waren, wo wir nicht weiterkamen, weil wir da eine ID-Karte brauchen. Ach so, und die Etage, wo wir uns aufhalten, die ist heller. Oder was? Ach so. Ich glaub, ja. Okay, na dann los. Tatschen wir mal an hier. Genau. Einmal da, wo wir die Saatmutter gefunden hatten. Äh, letzter Checkpoint, war das das? Ja, ne? Was hast du noch zur Auswahl? Na, Erde. Ah, warte mal. Klagemann wird die Kirche. Ich geh mal nicht zur Kirche. Genau, da müssen wir hin. Ach stimmt, da haben wir ja aufgehört. Richtig. Ich bin mir gar nicht sicher, hatten wir nicht sogar da aufgehört gehabt. Geht beinahe noch sogar ein Stück weiter. Wir starten immer nur auf den Kristall, wenn wir neu starten. Ja, ja, wir müssen ein Stück weiter und dann gab es nachher eine Gabelung und da haben wir aufgehört. Da hat da irgendwie komische Musik gespielt oder so. Genau, da waren diese Händler noch. Mhm. Der alte, genau. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir lang müssen denn hier. Natürlich die Kirche. Da, ja. Warum blinkt da was? Ach, das ist der Kristall. Schon gut. Ja. Ja. Hat da Geld. Na gut, dass wir kein professionelles Schneidprogramm haben, wir wären ja hier nur am schneiden. Ja. 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 Hast du eigentlich was bei dem Video noch in die Beschreibung geschrieben? Bei dem tollen Video? Ja. Ja. Habe ich gar nicht gelesen. Muss ich denn nochmal gucken. Ich habe auch was hingeschrieben. Ja, wie gesagt, ich fand das eine gute Entscheidung, dass wir das hochgeladen haben. Ja. Passt schon. Muss man ja auch mal sehen, ne? Genau. Ablosen. Hier ist alles unplugged. Wir fluchen. Wir heulen. Wir spielen nochmal Scheiße. Genau. Ich glaube hier mussten wir lang, ne? Äh, warte mal, warte mal, warte mal. War hier nicht nach irgendwo so ein komischer Baum? Oh! Irgendwas schießt hier doch. Geh mal runter. Ouch. Ja, da müssen wir auch hin. Das hat mir Energie abgezogen. Ich werde weich. Warte mal. Müssen wir nicht da hoch? Ich bin mir grad nicht sicher, aber... Das Ari... Nee, wir können ja gar nicht springen. Nee, wir können nicht springen. Ach, die schießen ja auch. Ja, ja, das sind jetzt hier andere Gegner. Voll vergessen. Alter, wie schnell der am ziehen war! Äh, wie guckt man da nochmal hoch? Gar nicht. Hallo? Da steht noch jemand? Alter, bleib mal geschmeidig! Boah. Äh, äh, äh. Boah, Gott. Ich kann gar nicht mehr zielen, ey. Boah. Ich geh mal hier hoch. Alter, das ist nur keiner. Da fing nur durch Monstern. Ja, schön, dass du immer die, äh... Alter! Wo warst du denn? Der Kack... Äh, der... Der... Der zaubert diese... Dicken... Was? Das war übel. Die kleinen zaubert da raus. Hast du'n Boss? Die Kanalisation waren. Ich sollte mich mal heilen, ey. Mann, wo bin ich denn hier? Ich bin da auch ganz woanders, wo wir das letzte Mal waren. Hier geht's rüber? Ich glaub, wir hätten uns nicht aufteilen sollen, ey. Schön scheiß. Ja. Ach, ich komm wieder runter. Das ist mir hier nix. Der Kacksturzstein, ey. Wo bist'n du? Mach doch mal nen Ping oder so. Aha. Ich kann mich jetzt auch schon heilen. Ich bin... Ziemlich angeschlagen. Ja, ich weiß. Ach, wie... Bist du dich in ein Haus gegangen? Nee, ne? Hier gibt's nix mehr. Alter! Weggesmackt. Ja, hier sind wir auch richtig. Hier... Ist die Karte noch drauf. Ey, 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 ey. Wie, der ist im Moon. Ey, danke, komm mal zurück. Nee, jetzt hab ich ihn. Was war'n des? Geil. Endlich vorbei. Oh, wieder ein dicker. Ein anderer. Und wo denn? Ach, da. Ja. Im Zyker geschossen. Der nächste Checkpoint wird er bekommen, oder? So, wo gehen wir erst lang? Links oder geradeaus? Dann lassen wir erst mal... Links. Geradeaus ist das Areal zu groß. Äh, müssen halt nur gucken, dass wir da irgendwo ein Zeug haben, ne? Ja. Warte mal, hier geht's hoch. Na, klasse. Ist da was? Da muss was sein. Da blinkt was. Da ist ein Kristall oder sowas. Nee, da geht's zur nächsten Ebene, oder so. Aber hier leuchtet doch was. Ja, von mir unten. Ja, gehen wir da jetzt rein, oder noch nicht? Ja, da ist bestimmt ein Kristall am Anfang. Ist ja meistens so. Ja, weil wir aber oben noch was unerforscht haben, ne? Ja, das ist vielleicht auch wie eine Nebepäste, oder so. Weiß man ja nicht. Weil ich denke, man nicht, dass man unten im Haus direkt zum Labyrinth kommt. Wieso nicht? Meinst du? Kennst du noch Diablo 1? Da ging's auch runter, und dann ging es los mit dem Labyrinth. Ja, Mann. Ja. Ja, und? Ja. 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 Oh. Forschungsstation Alpha. Okay. Was sollst du da? Ich hab da was Falsches gedrückt. Ähm, ich hab hier ein Computer. Ja, sehe ich. Kannst du was machen? Ja, ja. Systemdurchführung. Systemdurchführung. Alles erfolgreich. Aktiviert. Reaktion. Kühlmittel herunterspülen. Umleitung deaktivieren. Was soll ich das jetzt machen? Kühlmittel herunterspülen. Ja, mach mal. Umleitung deaktivieren. Mach mal Kühlmittel erstmal. Das ist ein Fehler. Kühlmittel. Kühlmittel. Niveau kritisch. Das geht schon mal nicht. Halt. Mal was andere. Umleitung deaktivieren. Was für Knopf hast du gedrückt? Was hier? Ja, äh. Ich weiß nicht. So ein bisschen Alarm im Darm hier. Mann, Mann. Was machst du denn? Ich mach Party hier, Mann. Ja, Sieg. Uff. Äh. Was seid ihr denn? Daniel, nicht vor mich stellen. Oh. Das sind Baumdinger. Ne, hier links ist ne Tür aufgegangen. Was? Wo denn? Uff. 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 hier das hilft vielleicht auch warum sind die jetzt weg verstehe ich gar nicht ich habe hier was habe ich denn hier hier ist ein pc aber der ist aus sicherheitsabreden deaktivieren was hast du gemacht schon wieder sicherheitsregel deaktiviert schön macht man sowas ja jetzt kommen wahrscheinlich die eine tür durch ja nicht nur wir wahrscheinlich denn unten die labortür wahrscheinlich wir sind auch zu hast du hast du gemacht oder kannst du jetzt die sachen am pc machen die vor nicht ging na die du warst schon mal dran da ich bin nicht so mit oder geht der rechner jetzt hier der ist an jetzt ist er an logbuch systemdiagnose ok logbuch ich liess das nicht alles hier das ist nur ein logbuch hier höre ich irgendwas hier höre ich was ein fahrstuhl ne was ok wir kriegen mal alle mit toll cool ich krieg nichts was wo war die die wir haben jetzt geht nicht es ist es 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 Servus, ja oben können wir, ne können wir glaube ich gar nicht, hier ist nichts. Was knurrt hier? Geht was! Hinter dir. Oh kacke. Oh kacke, oh kacke. Darf nicht. Oh Dali, wie soll ich dich denn jetzt wiederkriegen? Der war schneller. Ach, diesen engsten Raum hier, alter. Weg, 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 weg. Oh ist gut, lass mich in Ruhe man. Oh man. Oh. 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 Bin ich gleich am Arsch. Ich hab keine Heilung. Doch eine Heilung hab ich noch. Oh. Oh, jetzt heilig mich. Oh, heilig mich. Oh, heilig mich. Komm zurück, glaube ich. Ja. Oh, ich komm, ich komm, ich komm. Wie kann der mich da errichten? Oh, das gibst du nicht. Ich kann ihn nicht wiederholen, Daniel. Ich bin tot. Ja, ich hol dich gleich am, 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 am Dings wieder. Ey, wie konnten denn mich treffen? Wie stehen wir jetzt? Alter, der hat einen langen. Ja. Ah, komm schon. Klar hab ich nicht nachgeladen. Scheiße. Oh, nee, komm. Oh, nee, komm. Bom. Ich treffe im Eisen oder so, aber ihn nicht. Wie geht das? Mist. Ich zieh mal auf sein Bein oder so. Ich komme. Alle Taschen voll. Nein. Wieso spawnen da jetzt schon wieder neue Gegner? Äh, wo waren noch mal oben der Dings, ne? Oh, scheiße. Aber ich frag mich, warum ich gleich fort war. Mann, weil der ziemlich reinhaut. Ist doch normal. Das ist ein Onkel, der ziemlich reinhaut. Jetzt kann ich nicht, weil... Aaaaaah. Ah. Da kommt noch. Warum ist der so... Warum hält der so viel aus? Ist doch nicht wahr. Ist doch nicht wahr. Ist doch nicht wahr. Jetzt bohren wir hier und... Aaaaaah. Wo, wo, von wo kam die jetzt bitte? Wir haben doch hier oben gesäubert, oder nicht? Ja. Sind die jetzt wieder alle da, oder? Warum gehst du runter? Ja, weil... Weil wir auch noch müssen? Ja, ja, ja. Keiner da? Hier gibt's schon mal nix. Hier ist schon ein ganz großer Raum. Aber da oben ist was. Komme ich denn da hoch? Da... Da unten... Da unten ist wieder ein Checkpoint. Da oben ist was Tolles. Aber ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Da pumpt ein Schwein. Da fällt ein bisschen Schlüssel. Jetzt halte ich das vom Blick, ne? Ja. So... Hier ist ne Tür. Da komm ich gar nicht ran. Ne? Nein. Ey, hier gibt's auch nix. Da ist so eine Tür, da brauchst du einen Schlüssel. Okay. Tja, und jetzt? Wenn du Stühle siehst, einfach gegen die Stühle rollen, ne? Dann geh die kaputt nach dem zweiten Teil. Du kannst auch mit der Machete zuhauen, ne? Weißt du? Hier ist schon wieder jemand! Oh ne, der dicker ist auch schon wieder da. Was? so haben wir ihn wo sind unsere erfahrungspunkte nein da kommen wir auch so rein aber in dem raum in dem raum lichter was oben aber da kommen wir nicht hoch da steht da ist eine wurzel im weg hier kommen wir gar nicht ein hier ist doch schon wieder was unterwegs genau hier oben meine ich da oben ist da oben ist was aber wir kommen da nicht hoch ja ich hab schon versucht hier auf diese pflanze zu schießen das ist da oben so wie gut ein brüchstisch aber geht nix hm ist doch schon wieder der dicke komm komm bring dir nix auf dem schmalen weg komm hoch machen wir ihn hier oben platt ich bleib hier du bleibst da hinten ja so viele zu viele zu viele zu viele zu viele zu jetzt will mein fernse ausgehen alle spieler müssen in der nähe sein du bist doch tot ach so auch scheiße scheiße doch glück ab los raus kommen wir gehen raus alle gut dass das fünf sekunden dauert jetzt gehen wir den jetzt auch was machen ja bestimmt wenn wir die passel schüssel haben dann gehen wir erstmal die anderen weg lang auf so einen engen raum ist der echt übel ja aber das ist doch woanders nicht so dass sie andauernd wieder spawnen das hat was mit diesen pflanzen zu tun die kommen aus diesen pflanzen da raus ich glaube auch vielleicht geht es da auch erst im labyrinth das kann auch möglich sein tja ohne schlüssel werden wir das wohl nicht erfahren richtig wie das auch weiter geht erfahren wir auch in der nächsten folge nein ok es ist wieder soweit alles klar denn ja würde ich sagen bis zur nächsten folge genau haut rein ciao